herzlich willkommen zum tag 138 hier auf münsterland tv schön dass ihr dabei seid ja noch habe ich kein update gesehen ich kann natürlich sein dass heute abend noch kommt wir haben jetzt 17 33 aber ich will die folge für morgen im kasten haben weil ich morgen sehr früh los muss und ja in dem zuge würde ich halt gerne ja würde ich halt gerne die folge jetzt im kasten haben das heißt wir fangen jetzt erst mal nicht aber kann ich ja hoffentlich so ein bisschen reden will jetzt erst mal so regale auf mit allem was im lager ist und ihr habt auch sehr einheitlich geschrieben das was ich jetzt auch dafür wird das lager auszubauen der eine andere hat geschrieben soll lizenzen holen ist natürlich aktuell nicht machbar da lizenzen ja erst auf level 56 kommen so viel informationen vorab und daher lager ist schon ganz gut immer da auf höchste stufe gehen das war ein bisschen mehr rein bekommen ins lager zum beispiel würde ich gern hier für dieses ding sind ja fünf gerichte da hätte ich so gerne zwei kartons wo man dann sagt okay ist immer aber alles da aber ich weiß nicht so gut im aktuell läuft es ja noch nur also es läuft ganz gut wir kommen hier zurecht aber wie leid ach ja jetzt die ersten zehn minuten wird wieder sein das lager lernen zumindest das nutzt so was im lager erst erstmal das jetzt auch schon sehen das zweite wird sein dann das war die bestellung oder die bestellliste führen ja morgen geht es übrigens richtung stuttgart für alle die aus der region kommen wenn ihr morgen das gefühl habt ihr habt ich bin ganz nah dann habt ihr ein so auch naja ist ja passt aus rein aber die ihr sachen hier auf jeden fall machen mit meinem lieblings schrank weiter hier hast gefühl von jedem karton glaube ich ja auch ausreicht gleich müssen gar nicht das aus das voll gesagt was ich morgen gerne beim stream ausprobieren möchte wenn ich morgen stream am freitag ist hier die zehn prozent unter dem marktpreis zu gehen wenn der preis dann noch über dem der einkaufspreis ist natürlich schon noch gewinnen rüberkommen ich glaube gestern war der umsatz nicht so groß aber wir hatten schon 5000 umsatz also ich sage es gab auch den vorschlag für einen centenartikel anbieten das macht gar keinen sinn also dass man was sagt man geht mal einem angebot rein okay immer was im angebot ist und dann das würde ich mich und dann würde ich sagen okay dann gehen wir den preis mal runter und gehen dann was was ich rechne uns mal ein gewinn aus dann das würde ich mir gerne aber aber so vorschläge mit für 1 cent weiß ich nicht da bin ich nicht bei das fühle ich nicht und das macht kaufmännisch keinen sinn sachen zu verschenken gerade war jetzt 101 artikel haben wir dann mal wirklich ein artikel nehmen und sagen okay da haben wir gut was von da da haben wir vielleicht auch verkaufsflächen geschaffen also dass man sagt okay man hat dann sonderregal noch mal weil wir auch gerade mit kassieren das kann natürlich auch ändern weil gerade das mit kassieren ja glaube ich wichtig ist wenn der große antrag ist nicht so das ist erst mal ganz das ist und das ist wenn wir hier und hier jetzt das ist das ist ist denn eigentlich eure meinung zu let's play und vorspiel also ich bin ja der festen überzeugung im let's play gehört alles in die aufnahme oder den stream jetzt gibt es natürlich jetzt player die schneiden wie verrückt naja die müssen den cutter auch beschäftigen oder die ja nehmen einfach fünf folgen oder nur eine folge auf und dann wieder fünf folgen alleine wäre es für euch eine option um voranzukommen dass ich mal einfach so zwei drei tage zwischen durch spiele und dann wieder eine folge aufnehmen oder seht ihr es eher wie ich jetzt blick wird alles rein ich kann ja mal eine folge auslassen habe das gerne mal in die kommentare würde mich sehr freuen dass ich da so ein feedback so ein bisschen erhalte was vielleicht gesagt das geht langsam voran weil so spiel also bei dem jetzt hier aber schon cool wenn da die sprünge oder wenn sprünge generell da wären sonst ja gar keine sprünge da ja der eine hat geschrieben der laden ist doch okay und gut aus gut ist vielleicht übertrieben von den kommentaren her es hat keiner so wirklich geschrieben aber ist jetzt kein handlungsbedarf erst mal daher vielen dank und ja ich glaube auch dass die vier kassen gerade so das bessere sind dass er da ganz gut machen können aber glaube ich auch noch nicht hier eingefüllt das reicht erst mal ist das durch hier weiter jetzt gleich mal überall wo irgendwas fehlt werde ich jetzt gleich mal bestellung machen dass wir wirklich mal alles zu 100 prozent auffüllen da wo es jetzt voll ist ist es in der regel so dass wir noch karton haben wie ihr es hier seht oder halt zumindest voll aufgefüllt ist aber für alles andere ich habe den leeren karton wieder eingestellt das ist ja noch voll so also wird durch und durcheinander alles und die soße habe ich nicht mehr zeit gesagt der hat noch irgendwo öl da haben wir was dazu haben wir hier den smarty rice glaube ich smarty haben wir noch voll kaffee ja ich würde ja gerne in dem freitags stream da kann es so lang da würde ich gerne das lager ausbauen es seiten es gibt ganz viele die veto schreiten aber dann begründet auch gerne was er meint wie gesagt die nächste option wäre wirklich hier das geschäft ausbauen und dann die lagerfläche halt also die verkaufsflächen zu verweitern nicht um die kühltheke sondern dann eher hier generell so das jetzt als letztes und dann sind wir durch mal seht ihr zehn minuten habe ich ja gesagt das ist sehr gut immer um zeitmanagement passt das so was ich auch noch nicht gemacht habe dann müsst ihr mir noch nachsehen dass ich die liste hier neu sortiert habe noch den regal system jetzt so wir sind bei tag 138 fangen mit puderzucker an da ist nichts ja pablo einmal da fehlt nämlich einer nehmen wir den auch wir ziehen es ja jetzt mal durch kaffee mittel ja koffeln zwei drei vier eins zwei drei drei reiniger auch für spielt abs der füge auch wir wollen noch ansäufe wieder auch am pool auch hätten papier hier unten ja gleich mittel auch wird die auch mittel ich glaube das ist voll Toilettenpapier grün aber einfach mal fürs lager ich glaube da hinten Chips gelb, einmal Chips rot, einmal Flüssigkeiten, einmal Schokolade, einmal, mehr Blau, einmal und einmal Salz, einmal Mehl, Pfeffer, einmal Spaghetti, einmal Makroni, einmal Nudeln und das Volk braucht man nicht, so mag ich reiß auf da noch welche braun so gelb so soße mit da ist er da drüben ohne zucker das war noch beides da dafür püree weiß brot er kuchen er sagt bei allem das nicht kaffee was t ja ja zwei wasser 1 wasser blau 4 0 4 0 was ist da? ah, das hier jetzt voll oder? ne, da fährt was. Leid muss er auch nehmen. so, das Sprite einmal so, ja, einmal ne, Polk muss auch und das ist noch da, wie es aussieht. Ach ja, jetzt werden wir auch mal gut bestellen hier. Orangensaft ist voll Apfelsaft, jo, bestellen. Joghurt. Joghurt würde ich fast nein sagen. Ich kriege mal kein komplettes rein, wobei das ja auch nicht das Problem ist, aber so, Milch nehmen wir einmal, oder nehmen wir einmal, um es aufzufüllen. Ähm, Käse, Mozzarella, Parmesan, Steak, Kotelett ist voll, Steak müsste auch voll sein. Äh, Hackfleisch, Grüne Beine, eigentlich müssen die oben und da rein, also wir stärken da hin. Dann haben wir Sushi, groß, da fehlt auf jeden Fall was. Sushi Klein fehlt was. Hier fehlt nichts. Hier fehlt nichts. Relax. Einmal. Trinken, ne. Eier. Achter. Einmal. Vierer. Einmal. Zwölfer. Einmal. Pizza. Käse. Ja. Auf jeden Fall. Der andere ist ja voll. Der andere ist ja voll. Guck, Eis. Ist natürlich auch voll, ne. einmal. Bummis. Einmal haben. Gängchen. Genau. Einmal. Wenn wir das auch einmal. Ok, für 4000 haben wir jetzt bestellt, oder werden wir jetzt bestellen. Haben wir jetzt nach, ja, sieben Minuten, die Bestellung aufgenommen. jetzt heißt jetzt müssen wir einfach noch das hier rein dann ist durch also sortieren einfach noch artikeln und zack und dann wüsli braun dunkelmehl wasser weiß käse platzer kaffee erdnuss mehlroth spaghetti erdnuss nach erdnussbutter an mir rot spaghetti salz zu leidt abbelsaft melch soda cola pablo 10 dann aber damit süßigkeiten ich weiß bleich mittelreiniger spürspielt abs ans seife und wo toilettenpapier auch 1 mozzarella ja wer hat einiges auf für müssen dann haben wir parmesan eier und oder zucker gut da müssen die geld fähnchen da kann ich nicht kartoffeln 1 2 3 wir haben jetzt schon einmal nur dann käse kaffee hell wasserblau eier 12 und ohne zucker grüner tee lachs und sushi groß dann sushi klein ein und direkt auf kappen gehen stick scharfe soße ketchup mayonaise pizza käse bier besser 1 2 und dann noch chips gelb so da auch wieder durch wodka chips rot mehl orange kaffee kaffee püree kartoffelpüree pfeffer reis puderzucker hollywood kaffee mittel okay just so das das ging auch okay dann pulp und zucker gleich mittel pc einiger mit habs und toiletten papier das war es schon okay ja doch locker ist 4000 kostet und ich mache die liste aus damit ich wieder vergesse so und jetzt gucken wir mal es ist halt schon eine menge wird halt nicht weniger es wird nicht weniger so aber danach müsste das lager die verkaufsfläche auf jeden fall gut voll sein naja hier müssen wir den noch mal so abfelsaft weg so 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 passt ja ganz gut es war geschuss spielzeug aber ja die großen kisten jetzt weg dann war da ganz schon mal optisch weg pc wo machen wir die vorletzte rein die könnte man dritten oben drauf stapeln genau so so als t ich wünschte man könnte die autos ausstellen wie im ls so so bleichmittel so so spülmittel da ist halt nicht viel drin so 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 wo hier stehen und so wie man das nur ich weiß gar nicht ob das lager ausbauen müssten wir kommen ja so klar das ist aber dann hätten wir uns als maximum zahlen bestimmt dann auch schon mehr geld für mieter ob wir das müssen so so Schuss, 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 schuss. bio da auf jeden Fall Spaghetti G Ich bin jetzt hier. rote chips eingekauft für 4k nicht wissen was hier an marktwert drin ist mehr haben wir nicht aber auch noch mit nutzen der lachs ja ich glaube heute kann man mit einem stund nicht aussehen sind schon bei einer halben stund einiges am auffüllen aber es gibt ja leute und euch die mögen lange folgen alle anderen können ja unterbrechen und schauen einfach später weiter denn die gefahr besteht dass es am donnerstag keine folge fällt mir gerade ein es sei denn ich stream morgen nicht und weil wenn ich spät nach hause komme und streame dann komme ich dazu folge aufzunehmen ganz einfach mathematik aber ich merke es ja selber dass mehr abos kommen wenn ich stream also von daher alle die mehrere folgen geschaut haben sich wohlfühlen hier auf dem kanal und noch keine abonnenten sind würde mich tierisch freuen wenn er dann jetzt kurz auf den abo button blickt am besten auch die glocke aktiviert damit er keine folge und erst recht ganz schwer verpasst damit auch die youtube-videos gepusht werden also mit daumen für alle die schon aussehen aber auch mit hollos ja schon wieder dann ist das regal voll ich bin gespannt wann das nächste update kommt das war ja fürs wochein ankündigt stimmt hier irgendwas mit disco nicht was auch immer das für grund haben soll aber wie gesagt es kommt wenn es kommt ich der meinung das ich ja wirklich gespannt weil man hat ja zu tun wir haben einfach zu tun doch wir müssen umsatz machen mit einem räumer mache ich ja auch nicht mehr umsatz erst mal ja das ist natürlich das regal voll mal die unteren vier für mir selbst das ist schon fast so viel glaube ich nicht alles Hm. Hm-hm. das passt hier da komplett rein und soll es dann oben in der ausgleichsfläche lassen so erst jetzt schon hier viel treff voller im lager so so Zwölfe Eier. Natürlich müssen wir auch noch den Tag machen, nicht nur, dass wir jetzt einräumen. Da kommt noch mal noch. Ich bin einräumen. Ich bin einräumen. Ich bin einräumen. Ich bin einräumen. Ach ja, so. Was? Ich muss auch sein Platz hier. Gucken wir mal, ob wir das jetzt hier reinkriegen. Ist irgendwas heute im Preis niedrig? Ich bin einräumen. Ich bin einräumen. Ich bin einräumen. Ich bin einräumen. Das ist mich stimmt. Wenn man zu Getränken voll sagen kann, dann zum Botkaner. Trotzdem noch so der Aussage, warum habe ich die Schläge gekauft? Salz und Zuckergurten. Gelb. die kleinen kartons dann läuft er so drüber über die großen die zieht er schon mit deswegen so cooler leid aber doch platz hast du eine reine das war's ok also honig 40 minuten heute aber richtig was eingepackt habe ich auf den umsatz gespannt der käse war auch nicht wieder auch nicht ok als auch weiß ok 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 sehr cool wenn man so stapel nehmen könnte so ein 5er stapel und dann ist alles drauf das packt man es ins schrank ins lager und kann es dann halt wieder rausholen so als pack ist auch schneller aufgefahren nicht aber wir haben sie gleich jetzt ziehen wir dann mit dem karton jetzt ziehen wir dann mit dem karton ach ja ach ja so da haben wir schon einiges jetzt aufgefüllt das was euch so nervt ne der weg ist das ziel ich hätte natürlich schon gerne komplettausbau wie gestern geschrieben hat dass irgendein holländer das hat ich würde der weg den weg der ist gut daher jetzt cheat kann weiß ich wenn man ahnung davon vielleicht aber dann hat man jetzt hat man es ja nicht erarbeitet noch und daher ich überlegen aber schon eine folge aufnehmen oder morgen einfach mit glück vielleicht das update habe und dann lieber morgen eine folge aufnehmen auf jeden fall erst mal den tag jetzt hier das passt ja nur reingepackt das ist dann das ist dann ich jetzt so er ist der karton auch für wahr ganz kurz aufmachen so dann mal am taug, bin mal gespannt neun uhr sind die ersten kommen eigentlich neun uhr ach ja so 4.000 einkaufen ist schon ne menge ne ich bin immer noch überlegen sie mir steht manchmal so ne erstmal beobachten na klar aber auch den laden wie richtet man einen guckt man also jetzt hat man lange regale das ist nicht zu teuer das ist nicht zu teuer das ist nicht zu teuer so Entschuldigung na dann ne Och süß muss ein leckerer Coktail sein mit Joghurt und Bier 80 cent schon rausbringen ist gut das toilettenpapier holen das müsste das sein einmal reinpassen dreimal kassieren und auffällig den dank habe ich gar nicht gesehen und 60 das andere auch Das war's. 2,50 guten tag danke 2,80 18 zurück 1,50 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 Ja, sind noch einige da, ne? Noch nicht 21 Uhr. Oh ja, das ist ein Schuldenpapier, das ist leer, mal gucken. Äh, 1, 2, Kartoffeln, gleich. Guck mal hier nochmal. Jetzt kann man was holen. Oh, Matinda. Den vier Leute bei mir, weil keiner an der Kasse ist. Ah. 7, 7, 3. Freue mich ja. Ja. Gehe ich Kunden, ne? So. Und 16, 17. Ach, wie süß. Aha. Ja, 10K sind wir auf jeden Fall schon mal. Alles gut. Ein paar sind ja jetzt hier noch am rumlaufen. Ich kann doch mal im draußen nehmen. Danke. Okay. Nur noch bei mir. Ne. Zwei Stücke noch. Ja. Sonst läuft, glaube ich, keiner mehr rum, ne? Geht man hin. Oh, guck mal. Ah, sieht doch nicht ganz so leer aus. Ich glaube, die ist aber die Bestellung aber etwas günstiger. Und wir haben ja auch noch einiges hier, ne? Nicht vergessen, das Lager ist ja richtig voll. So, letzter. Schönen Tag, na? Und wir gucken. Zaggruppe, erst kein Toilettpapier, ne? 4, 5, finde ich okay. 56, okay. Gut. Geld. Spaghetti und Joghurt. Mal kurz gucken. Spaghetti sind hier. 6, 4. 60 Cent drauf. Und Joghurt. Den kauft doch eh keiner. Aber das könnte man mal probieren, ne? Wir sind jetzt bei 1,80. Guck mal. Wir kaufen den Durchschnittskosten 1,02 ein. Sollte ich jetzt für 1,60 mal anbieten. Dann mal das Ding hier voll machen. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass dafür mehr Leute kommen, aber das können wir dann morgen in der Folge sehen. Ich hoffe, ich denke dran. Ansonsten denkt ihr natürlich dran. Und wir sehen uns dann morgen. Das war Tag 138. Heute ist Tag 139. Den werden wir dann morgen schön hier verfolgen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben wieder Geld gemacht. Wir haben mal ordentlich eingekauft. Das heißt, es kann sein, dass wir morgen, wenn wir hier das Lager leer räumen, dann auch schon vieles voll haben, was wir dann gar nicht mehr brauchen. Das werden wir auch dann nicht unterschätzen. Von daher bis dahin. Ich freue mich auf euch. Tschüss.